so ihr lieben leute heute ist der 30.03.2023 die erste etwas größere gewitterlage in sachsen mit wahrscheinlich super zellen ort mal gucken ob wir hier ein paar blitze vielleicht sehen und dann mal gucken wie lange ich jetzt hier filmen kann und schwarz mal ne klappe halten und einfach mal drauf halten hier mal gucken wie lange es halt wie gesagt geht also sieht schon ganz schön dunkel aus also für ende märz beachtlich also ohne scheiß das sieht wirklich geil aus echt mega geile formation das ist eine richtige linie das ist schon beachtlich also kundecat kundecat Vielen Dank. Sieht schon beileis wie eine Superzelle. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Also wir haben schon, das ist schon bald hier schwere Sturmbein, also so um die 80, 90 hundert. Das ist schon bald. Also der Wind. Aber kein Blitz, noch bis jetzt nichts. Das ist eine riesen Böenwalze. Also... Das ist schon bald. Ja, ich muss jetzt so abhauen, weil das fängt heute an mit Pissen, also die ersten großen Tröpfen kommen schon runter. Das ist schon mal. Das ist schon mal. Das ist schon bald. 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 Das ist schon bald.